So, dann wollen wir jetzt erstmal eine Runde alleine zocken, bevor mein Kollege an den Start kommt. Rundhalte die Flaggen, bleibe 90 Sekunden am Leben, naja, ist ja nicht so schwer. Aufklärer, okay. So, dann kommen die Punkte da, was soll denn das anpassen? Anpassen, was haben die geändert? Spezialisierung, Waffe ersetzen. Ah, gut, das von mir sieht definitiv geiler aus. Nein, ich wollte mich doch erstmal reinfützen, was soll denn das? Das fand ich jetzt aber nicht nett gewesen. Ach, nicht diese blöde Map hier. Das war's. Gut, wir haben Ziele an und übernommen. Wir haben genügend Ziele eingenommen, um diesen Kampf zu kontrollieren. Wir haben jetzt noch ein paar LeuteGuys. So, dann kommen die Gäste und fluchten zu kommen. Was brauchen wir? Wir sind jetzt noch ein paar Zwischen-Pfälle. Das soll gehen wir jetzt ab, das soll gehen! Ja, wir sind noch ein paar kleine E-Mail-Filme-Tippe. So, dann müssen wir auf den Zielen. Soldaten, wir haben Ziel Anton verloren. Schade. Haben wir. Einer weniger. Einer? Hey, ist so lustig. Wir haben Ziel Cesar, Herr Obersoldaten. Jetzt gehört das Ziel uns. Alter, was will denn das? Und da raus. Und da raus. Achtung, Ziel Cesar ist verloren. Scheiße, wir haben das Ziel verloren. Ich hab ne Granate für Sie. Komm raus. Komm raus. Alter, ich hab geschlacht. Wir haben Ziel Anton eingenommen. Befehl aufgeführt. Hallo, hilf mir doch mal nochmal hoch. Oh mein Gott. Hallo, ich lieg neben dir. Ah, leck mich doch. Was war denn das? Das war jetzt. Was kann ich denn noch an? Ich weiß nicht gerade gar nicht, dass meine Aufträge sind, um ehrlich zu sein. Alarm, wir verlieren Ziel Anton. Ziel Anton ist verloren. Okay. Okay. Gut gemacht. Ziel Cesar gehört uns. Mal. Gelärmt. Ne, ich bleib mal hier. Falls dann doch noch einer mal zur A kommt. Und da kommt schon die erste Zahl. Wir verlieren Ziel Anton! Was ist das jetzt? Nein! Wir haben Ziel Anton verloren! Ärgerlich! Okay, das war nicht der Goldgedanke. Achtung! Wir haben soeben Zielwärter erobert! Der Feind wird Ziel Anton erobert! Nein! Der war unter mir! Schade! Der war unter mir! Der war unter mir! Der war unter mir! Schade! Wir haben Ziel Cäsar erobert! Ihr müsst das Ziel verteidigen! Ihr müsst das Ziel... Oh nein! Ich bin drin! Oh nein! Ich bin drin! Nein! 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 Ich bin drin! Ich zieh weiter! Ich kann sich gar nicht so gut konzentrieren! Es geht rund! Wir haben Ziel Anton verloren! Wir haben das Ziel verloren! Wir haben das Ziel verloren, verdammt! Oh, echt toll! Ich glaube, das kann ich mir gar nicht angesehen. Was sind das für'n Scheiße drin? Hm... Kann ich gar nicht bauen? Gar nicht? Nein! Ich fahre! Das ist das Ziel! Wir haben Ziel Werther verloren! Ich bin drin! Nein! 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 Ich baue erst mal. Hallo? Bauen, 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 immer bauen. Das geht nicht, oder? Sturmangriff! Sturmangriff! Na toll. Liegehaltungsriff ist das einzige. Jörg. Hier wird es. Du bist ein richtiger Schatz-Schütze! Was ist das? Was? Ich mach dich hier! Du mein Griff! Nicht nach! Wir verlieren Ziel Cäsar, Soldaten. Waaas! Warum? Gut. Wir haben Ziel Anton übernommen. Bewegt euch, Soldaten! Wir haben ein Ziel Cäsar verloren. Zubatzen, zum Sieg! Wir haben ein Ziel Bärter verloren, Soldaten. Zubatzen, Zubatzen! Zubatzen, Zubatzen, Zubatzen! Zubatzen, 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 Zubatzen! Zubatzen, 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 Zubat gute Arbeit, wir haben Ziel Cäsar erobert Vordaten, wir haben Ziel Anton verloren kommtschauen, kommtschauen wir haben Ziel Cäsar verloren ok, ist nicht so geil, weil ich hab eh keine Munition mehr die Ziel Cäsar gehört uns so, hm wir sind nicht mehr Alter, Shit gleich auf den Rhein zu schießen Verdammt Wir haben es hier, Cäsar, erobacht, Soldaten. Aufpassen, Ziel Cäsar ist verloren. Nein, ich habe das Ziel reingedogen. Wir haben Ziel Cäsar erobert. Ja, ne, ist klar. Alter, diese Karabiner geht mir so umsack. Hab ich eigentlich schon mal in der Laufung überhaupt nichts Cooles? Vielleicht irgendwie so ein geiles Ziel von hier. Ja, das will ich haben. Ein bisschen schöner. Oh, 5. Ich habe ein Mädchen. Aber ich muss einfach abschliessen. Okay. Oh, was war das? Für eine Action. Hallo? Hallo? Oh mein Gott. Was war das denn schon wieder? Okay, warte mal. Ich will noch eine andere Klasse nehmen. Hallo, was? Hallo, was? Ich nehme mal den. Weiter so, wir haben es fast geschafft. Wir haben jetzt die Kontrolle über Ziel Anton. Wir haben jetzt eine andere Nacht. Dann bin ich bei euch. Dann bin ich bei euch. Sind wir herzlich super hoch coll Alaska? Wuuu. Geben Grunnen. Vielen Dank.